Guten Tag, mein Name ist Andreas Richter und ich bin ein Mitglied im Arbeitskreis zukunftsfähiges Kichern. Im Namen des Arbeitskreises möchte ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Unterstützung vor allem in den letzten anderthalb Jahren bedanken. Gemeinsam haben wir viel erreicht, zum Beispiel die Erstellung des Leitbildes Kichatten und durch Präsenz vieler Bürgerinnen bei Ratssitzungen positive Ratsbeschlüsse. Zwei Bürgerveranstaltungen konnten durchgeführt werden. Gute Aufklärungsarbeit innerhalb unseres Kirchspiels und der Bevölkerung ist uns auch gelungen. Das Dorf ist wieder zusammengewachsen. Vier Arbeitskreise, die sich mit der Ortsdurchfahrt beschäftigen, sind entstanden. Die erneute Aufnahme in ein Dorferneuerungsprogramm ist uns aufgenommen. Bei dieser Veranstaltung waren leider viele Bürger etwas irritiert, dass der Name Shared Space kaum noch zur Sprache gekommen ist. Die vier Arbeitsgruppen sind aber trotzdem optimistisch, dass wir dieses in gemeinsamer Zusammenarbeit doch für unser Kirchspiel irgendwann realisieren können. Und wir hoffen, dass dieses sogar in den nächsten Jahren passieren wird. Ich möchte mir einmal kurz vorstellen die vier Arbeitsgruppen. Die bestehen aus der Marktplatzgruppe, der Werkstattgruppe, der Hauptstadtgruppe und des Arbeitskreises zukunftsfähiges Kichatten. Diesen Gruppen ist die Idee gekommen, Geld zu sammeln, um Herrn Professor Fortis zu honorieren. Denn wir denken, wir müssten ihn als Ideengeber für unser Shared Space Projekt haben. Wir freuen uns natürlich über jeden, der mitspendet. Denn die Ortsdurchfahrt ist nicht nur für die Anlieger, für die Geschäftsleute da, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger aus Kichatten. Besser gesagt, für alle Bürgerinnen und Bürger des Kirchspiels. Wir wünschen allen ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viele Ideen, Freude, Durchhaltevermögen für unser großes Dorferneuerungsprogramm.